ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und wie ihr schon sehen könnt habe ich euch heute etwas mitgebracht und das packen wir jetzt mal aus viel spaß ja bevor wir gleich starten mit dem ersten rechtssalat unboxing video möchte ich dich noch bitten abonniere doch genau jetzt in diesem moment den kanal und aktiviere die glocke so bekommst du wirklich jede woche einen absolut wichtigen rechtsbegriff erklärt oder ein solches cooles buch vorgestellt wie sich hier in dieser verpackung befindet seid ihr auch so gespannt wie ich na dann lasst uns mal loslegen hier drin versteckt sich der 18 punkte planer von the loyal one und ich würde sagen wir machen den jetzt einfach mal auf also was man den leuten von the loyal one ja echt sagen muss ich habe das bestellt dieses diesen planer diesen 18 punkte planer und ich glaube zwei tage später oder sowas war das teil da also die jungs sind wirklich fit ich verlinke euch auch mal den online shop unten in der video beschreibung so da haben wir das auch jetzt nehmen wir das ganze mal raus und hier ist das gute stück ja wie ihr seht ist dieses buch schön einfoliert so wie sich gehört und in meinem ersten unboxing video habe ich natürlich glatt ein unboxing messer vergessen naja wenn ihr der meinung seid ich brauche ein unboxing messer dann schreibt mir doch das mal unten in die kommentare und ich gehe mir jetzt mal schnell ein messer besorgen so dann würde ich sagen schneiden wir das teil mal auf nachdem was jetzt hier oben ein bisschen aufgeschnitten haben nehmen wir einfach die folie hier mal ab so und hier ist er unverpackt dieser schicke planer von the loyal one ja ich würde sagen fühlt sich wirklich sehr gut an laut informationen von the loyal one ist dieser planer auch in deutschland hergestellt schönes schickes band ja dieser planer fühlt sich absolut hochwertig an ich würde sagen ich schaue mir den für euch mal genauer an und werde euch den dann noch mal genauer in einem weiteren video präsentieren das war das erste rechtssalat unboxing video mit dem 18 punkte planer von the loyal one ich sage tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal